Hi Leute und recht herzlich willkommen bei einem Infovideo zu der nächsten Woche, beziehungsweise den nächsten Tagen der nächsten Woche und der nächsten Woche, so. Ja, es gibt einige Änderungen, die sich im Endeffekt sehr, sehr positiv auf den Kanal und auf meine Internetpräsenz auswirken sollten, aber leider halt erstmal bedeutet, dass ich, äh, ja, so ziemlich ab morgen, also, watsch, ich weiß gar nicht, wann ich das Video hochlade, ab Samstag nicht mehr so viele Videos hochladen kann für eine Woche oder so. Und dann geht's richtig ab, schätze ich mal, dann kann ich, äh, dann hab ich wahrscheinlich, also, na gut, was heißt wahrscheinlich, also ich krieg ne 50.000er Leitung, aber ihr kennt ja Telekom und so, also könnte auch sein, dass sich das noch ein paar Tage, Wochen verschiebt. Ich hoffe nicht, ich hoffe inständig nicht, aber, ja, auf jeden Fall, so wie das bisher geplant ist, wenn alles klappt, wobei es da immer noch ein paar Risikofaktoren gibt, aber, wenn alles klappt, dann, ähm, ja, wird nächste Woche, die nächsten Tage, nur noch Pirate Warriors ein bisschen, weil ich da ein bisschen, noch ein paar Folgen aufgenommen habe, oder ja, für Samstag, für Sonntag und dann noch eine Folge, äh, und dann kommt Mario Kart, schätze ich mal, alle zwei Tage. Jeden Tag, ich weiß es noch nicht, so oft ich Lust hab zum Aufnehmen. Und alle anderen LPs sind vorerst erstmal pausiert, für ne Woche, ich, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber, ja, kann ich dann schlecht machen, ich, äh, ja, ich fang dann eine neue Arbeitsstelle an, beziehungsweise meine erste Arbeitsstelle. Und, ja, ich wird, werd da in der ersten Woche erstmal pendeln müssen, oder bis zum Auto fahren müssen, und das sind knapp eine Stunde dreißig, mit ein bisschen Stau einberechnet. Ein Weg, und dann wieder heim, und dann acht Stunden arbeiten, also, ihr seht, äh, könnte eventuell etwas wenig Zeit übrig bleiben für den Kanal. Aber, wie gesagt, am Ende der Woche zieh ich dann um, am Samstag dann in einer Woche, und dann sollte alles wieder geregelt werden, denn ich weiß, dass man locker drei Folgen pro Tag, oder so, auf jeden Fall mein Uploadplan, äh, auch locker während der Arbeit, äh, hinkriegt. Und, das hab ich ja auch schon im Praxissemester gemacht, ich hab ein Praxissemester ja angefangen mit LP, da hatte ich nicht mehr Zeit, da hab ich auch, äh, ja, gut, acht Stunden war ich insgesamt weg, 7,6 davon arbeiten, also, von dem her, und da hatte ich auch eine halbe Stunde Zugweg. Ja, und da ging's auch irgendwie gegen Ende, zumindest. Am Anfang hab ich da ja nur ein Video oder sowas gemacht, aber so gegen Ende, als ich da mal eingearbeitet war, waren's dann auch drei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und während der Bachelor-Thesis hab ich ja auch eigentlich meinen Uploadplan relativ gut einbehalten, und da musste ich auch viel Zeit investieren. Ähm, joa, deswegen hoffe ich mal, dass es nicht arg viel beeinflusst. Das Gute ist dann, dass ich tatsächlich genügend, äh, Leistung hab, um richtig streamen zu können. Ich mein, ich konnte ja mit der 8000er IP-Leitung schon einigermaßen Dark Souls 2 livestreamen, und ich schätze mal, mit der 50.000er Leitung werde ich da einiges mehr streamen können. Was hab ich denn so geplant an Streaming-Projekten? Ich würde gern ein bisschen League of Legends zocken, ich würde eventuell gerne Dark Souls 2 weiter, vielleicht auch von vorne zocken, weiß ich noch nicht. Ähm, und dann natürlich Unlimited Cruise, und eventuell Unlimited World im Livestream fertig machen, oder weitermachen, und dann halt im Nachhinein auf YouTube hochladen. Klar, werde ich immer versuchen. Joa, das sind so meine Pläne, also, ja, vergebt mir, wenn in der nächsten Zeit, äh, eventuell etwas weniger kommt. Mario Kart werde ich weiterhin versuchen, denn dann kam erst der DLC raus, da bin ich selber sehr motiviert zum Spielen und so, und da werde ich, denke ich, auch trotz der wenigen Zeit ein bisschen Zeit am Abend finden zum Zocken, ohne Probleme. Joa, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, wünscht mir Glück bei der neuen Arbeit, und joa, wir sehen uns dann, mhm, naja, was heißt, wir sehen uns dann, im Mario Kart Videos, genau, machen wir so. Falls es euch gefallen hat, wie mal liken, falls es einfach abonnieren, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays, meinen anderen Infovideos, würde ich eigentlich da sagen, aber das macht keinen Sinn, deswegen bei meinen anderen Let's Plays, ja. Ciao, Leute. Ciao, Leute.